Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Fault-Hier-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum Amazon Echo Show 15, dem tollen Display-Bilderrahmen Echo Show, um ihn an die Wand zu tackern. Wobei, für 30 Euro mehr gibt es den auch mit diesem, naja, schönen Ständer, Drittanbieter, Zubehör. Hm, ihr seht es vielleicht an meiner leichten Verzweiflung. Ich habe jetzt zwei Monate mit diesem Gerät alles Mögliche gemacht. Ich habe es getestet, ich habe es ausprobiert. Ich habe auf Updates gehofft und gewartet und es kam ein großes Update, aber es hat irgendwie nichts Messbares gebracht. Ich habe auch auf Widgets-Verbesserungen gehofft. Ich habe an irgendwelche Anpassbarkeiten, auf mehr gewartet und nein, es ist wieder eins dieser Amazon-Produkte, wo man sich denkt, guter Gedanke, ja, denkt es noch ein bisschen weiter, steckt da ein bisschen Arbeitsstunden rein und es kommt einfach kein Software-Update mehr von Amazon. Das Ding ist ein guter erster Start. Aber Amazon vernachlästigt es wieder. Deswegen mein klarer Tipp. Für wenige da draußen ist das vielleicht interessant, aber ich würde ganz klar empfehlen, auf die mindestens zweite Generation vom Amazon Echo Show 15 zu warten. Wir gehen das Ganze jetzt gleich nach diesem verzweifelten Spoiler der Reihe nach durch. Erstmal so das Allgemeine. Wie gut ist es verarbeitet, das Gerät von außen? Wie gut ist die Bedienung, Geschwindigkeit? Wie gut ist das Display? Yeah. Wie gut sind die zwei eingebauten Lautsprecher? Äh? Wie gut ist jetzt diese Home-Zentrale, diese Widget-Anpassung, diese Software-Nummer? Das ist halt eher eine Enttäuschung. Und dann noch so ein paar Sachen, die mir sonst noch aufgefallen sind. Und warum? Eine Echo Show 5, ein 8er, dieser drehbare 10er. Alles, was halt ein eingebautes Display hat. Ich denke mal, das ist ja das, was man hier haben möchte. Vielleicht doch eine bessere Investition teilweise wäre. So, jetzt aber der Reihe nach. Ich habe das Ding vor guten oder Pi mal Daumen zwei Monaten ausgepackt. Habe es eingerichtet, habe es dann angefangen zu testen. In der Küche, im Wohnzimmer, auch hier nochmal en Detail. Und in dieser Zeit war es halt permanent aktiv. Ich habe auf Updates gewartet. Ich habe da viel versucht, alles auszuprobieren. Ich habe mich daran gewöhnt, Widget-Kommandos lieber mit der Stimme einzusprechen, als mit dieser Onscreen-Taste. Und, naja, ich bin sehr froh, dass ich es nicht an die Wand getackert habe. Denn es ist ein bisschen nach wie vor sehr dick. Ich habe es teilweise auch versucht, ich war kurz davor, es an die Wand zu hängen. Kann man ja sich überlegen, ob horizontal oder vertikal. Schrauben liegen bei, aber es ist relativ dick. Das ist jetzt nicht hier einfach ein nahtloser Bilderrahmen, den man sich dran tackert, sondern ihr seht hier dieses Weiße. Das ist eigentlich nochmal so dick wie der schwarze Rahmen. Ticken dünner vielleicht. Es steht halt schon nochmal gut ab. Das, was aber dann total mich daran hindert, es an die Wand zu tackern. Und wo ich direkt schreie, Amazon, wie könnt ihr nur? Ich sage es hier bei fast jedem Amazon-Produkt. USB-C als Stromversorgung wäre Knorke. Wenn ihr eure Eigenlösungen macht, dann macht die doch so, dass man längere Kabel zukaufen kann. Aber nein, Amazon packt hier wieder ein fest verbautes Kabel in das Netzteil und dann ist dieses Kabel maximal so ein guter Meter lang. Wenn ich das an die Wand dübeln will oder sowas, wer weiß, wie weit ich die Steckdose habe. Ich kann das hier nicht probieren. Es ist einfach wieder Mucks, was Amazon hier von der Konstruktion wieder abliefert. Wenn ich diesen 30 Euro Drittanbieter-Ständer, der ist auch nicht mal von Amazon selber, da haben sie irgendwas zugekauft. Allein das ist wieder wie herzlos dieses Ding-Design. Und dann mit eingebauten Kabel und es ist zum Mäusemelken. Aber okay, man macht es. Ich würde hier teilweise wirklich empfehlen, erstmal das Produkt mit Ständer oder noch nicht an die Wand zu dübeln. Und mal gucken, ob es danach wirklich die Erwartung erfüllt. Das vielleicht so zur Einrichtung oder zum Anfang. Da hatten wir diese lange Einrichtung, geht aber total in Ordnung. Und dann guckt man auf dieses Display. Wie gesagt, kann man sich vorher entscheiden, ob horizontal oder vertikal. Das Display jetzt an sich selber ist ein gutes Display. Das spiegelt zwar wie Hulle, aber es ist halt ein 15 Zoller Full-HD-Auflösung und es wird aber auch relativ hell. Die Blickwinkel sind nicht 100%ig stabil, wenn man von der Seite guckt. Ihr seht es hier, wie es dann doch leicht ein bisschen kippt. Aber im Großen und Ganzen, wenn es dann an der Wand steht, ich habe es ja wie gesagt nicht hingehängt, das passt. Da guckt man drauf, da sieht man alles, es wird hell genug. Also das ist es. Es spiegelt, aber es wird hell genug. Beim Display motze ich eigentlich nicht wirklich rum. Beim Display von der Eingabenummer, ich sage mal vom Touch vom Display, möchte ich auch nicht rummotzen, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zur Bedienung kommen oder sowas. Weil ich glaube, das Display, das merke ich immer, wenn ich dann doch die Onscreen-Tastatur benutze, das reagiert eigentlich okay. Das ist jetzt nicht so, wo ich mir denke, aber okay. Das, was bei der Geschwindigkeit eher murks ist, ist die Geschwindigkeit, naja, der Rechenpower hier. Die Geschwindigkeit der Apps, der Widgets, wie reagiert wird, wie dann gewisse Kommandos ausgeführt werden. Die Zeit, die dann gewisse Sachen dauern, um zu laden. Und das ist hier, natürlich ist es hier, also mit 250 Euro für ein All-Inclusive-Ding, kann man jetzt sagen, oh, könnte ich da jetzt wirklich die Rechengeschwindigkeit eines iPads erwarten, was ja eigentlich mindestens nochmal 50% teurer ist. Aber dafür, dass es ja von diesem ganzen Echoes 1 eigentlich vielleicht das Flagship-Produkt ist, ist es hier dann doch wieder ein bisschen enttäuschend, was die Performance dann angeht. Die Geschwindigkeit, sei es von Apps, die Geschwindigkeit von der Spracherkennung. Ihr habt gerade dieses Ruckeln gerade, wie ihr erlebt, dass es nicht flüssig läuft. Das ist teilweise echt ernüchternd. Das ist ein bisschen ungeil. Das erwartet man nicht für ein Produkt, was neu rauskommt. Da ist man in diesem Elektroniksegment einfach was Besseres gewohnt. Dann hätte entweder Amazon sagen müssen, ja, dann hätten sie es halt vernünftig machen müssen, dann hätte es halt 350 Euro gekostet. Das wäre aber für viele, die sowas suchen oder haben möchten, bestimmt ein zufriedenstellenderes Ergebnis gewesen, als diese immer wieder leckende Möhre, muss man auch sagen. So, als nächstes kommen wir zu den Lautsprechern. Das ist am schwierigsten zu zeigen. Ich habe zwei Lautsprecher eingebaut. Die klingen für Sprachkommandos und vor allem Alexa, starte Netflix. Wenn ich dann damit Videos gucke, eigentlich ganz, ich sage mal, okay, angemessen. Also für, ja, will ich jetzt gerade nicht. Ich wollte jetzt einfach nur hier so Netflix machen und dann damit andeuten, wenn ich jetzt was gucke, wenn ich doch mal ein Video laufen lasse, sei es mit Prime, sei es mit Netflix, da habe ich die Apps drauf, kann man sich geben, darauf eine Folge oder ein YouTube-Video oder anzugucken. Ja, also so normal, wenn man damit Stimme hat oder leichte Unterhaltung, das ist jetzt nicht komplett, um hier einen ganzen Raum zu füllen. Das hält auch nicht mit dem Fernseher mit. Aber für so ein bisschen drauf gucken, gerade wenn man das Ding vielleicht am Küchentisch hat oder nicht allzu weit weg, geht es in Ordnung. Was das Ding mit den Lautsprechern aber auf gar keinen Fall ist, Küchenfeten geeignet. Damit Musik hören, damit halt irgendwie dann Radiomusik hören oder sowas. Nein, das klingt blechern, das scheppert, sobald es ein bisschen auch nur lauter wird. Bass überhaupt nicht. Das Bass-mäßig, wenn da irgendwas mit Bass ist, das zerrt dermaßen. Das kann man so knicken, muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist teilweise wirklich eine Enttäuschung, was die Lautsprecher angeht. Also wie gesagt, Lautsprecher für Musik hören, wenn man das weiß ich, man kommt von einem größeren Echo Show 10 oder das vielleicht als Vergleich oder man hat sogar einen guten Studio. Das sind komplett andere Welten vom Sound. Oder auch wenn ich normale Echo Show Echos habe, die Lautsprecher Echos ohne Displays. Das klingt alles besser, sobald es ein Thema Musik geht, als das hier, muss man sagen. Aber wer das hier sowieso nur zum Nachrichten hören will, irgendwie mal ein bisschen Radiostimmen nebenher, geht es auch in Ordnung. Aber es ist halt nichts, wo man sich denkt, oh, 250 Euro, oh, du klingst jetzt auch toll. Nein, das Display ist deutlich besser als die eingebauten Lautsprecher, muss man mal sagen. Dann kommen wir zur Kamera. Da habe ich mich eingangs ein bisschen aufgeregt, dass es nur eine 5 Megapixel ist und nicht wie die anderen inzwischen, glaube ich, 8 oder 13 Megapixel. Für das, was man damit dann vielleicht doch mal als Videogespräch macht, geht es eigentlich in Ordnung. Da muss man auch sagen. Prickelnd ist es bei allen nicht wirklich, aber das war jetzt nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte. Stimmeerkennung, eingebaute Mikrofone, hatte ich persönlich jetzt eigentlich nicht wirklich Probleme mit. Und dann haben wir ja dieses Feature mit mehreren Accounts, mehreren Menschen erkennen. Ich habe es mit zweien getestet, ging eigentlich zu 80 Prozent, weil es immer der Richtige erkennt. Dann schaltet sich die Gesichtserkennung ein, dann rödelt es dann und wenn es dann gerade wechselt, dann wird der andere Account eingeblendet. Und dann werden halt auch dementsprechend andere Sachen angezeigt. Und das Anzeige-Echo-Show, der Hinweis, ist ja das, wo dieses Ding jetzt eigentlich mitgelebt hat. Wo ja viele sagten, ach, baut doch einen größeren Echo-Show, wo ich Daten habe, Listen habe, wo ich digitale Post-its dran zetteln kann. Und es ist eigentlich dann doch wieder relativ unbefriedigend. Also so, wie sie es umgebaut haben. Natürlich kann ich hier Termine machen, natürlich kann ich mir auch mehrere Sachen anzeigen lassen, natürlich kann ich hier Post-its machen. Wenn ich nicht die On-Screen-Tastatur nehmen möchte, dann spreche ich es halt mal eben ein. Aber mein Problem mit diesen Widgets ist, sie sind lieblos, es werden nicht mehr, die Umsetzung hadert. Das ist so, ich kann die Größen noch nicht mehr ändern. Ich habe ja dieses Kalender-Widget, das kann ich groß und klein machen. Alles andere sagt mir das Ding hier, hey, kannst du nicht. Dass ich hier nicht hingehen kann und dann die Widgets von der Größe anpassen kann. Oder frei vernünftig justieren kann oder das designen kann. Das ist so eine Enttäuschung, dass ich da schon fast wieder das Ding aus dem Fenster schmeißen möchte. Und vor allem, ich bin aber gleichzeitig wieder, man ist es leider von Amazon, was Software angeht, gewohnt. Denn jetzt ist das Ding bei uns schon zwei Monate auf dem Markt. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, das dauert, gibt denen doch mal was. Ja, aber in den USA ist der Echo Show 15 schon seit über, also in Summe über vier Monaten auf dem Markt. Und es kommt nichts. Und ich gehe nicht davon aus, dass da was kommt. Da sind so viele bescheuerte kleine Fehler drin. Also die Widgets lassen sich nicht anpassen. Es werden nicht mehr, die Umsetzung der Widgets ist teilweise lieblos gemacht. Das ist echt kein, dass ich keinen Bock habe, das zu benutzen. Dass ich hier so zwei so Sachen habe, wie ich habe Amazon Prime und Netflix, yeah, für YouTube zum Beispiel. Das klappt ja wieder nur im Browser. Wer jetzt ruft Firefox Browser, das war früher mal. Jetzt haben wir den Silk Browser, tralalalalala. Jetzt drücke ich da einfach wieder, ich kriege die Hinweise. Es dauert auch wieder ein bisschen was geschenkt. Aber dann habe ich hier so Sachen. Hört mal ganz kurz zu. Alexa, starte Kamera. Um die Kamera einzuschalten, suche die Kameraabdeckung auf deiner Echo Show und schiebe sie nach links. Und schiebe sie nach links. Jetzt lasst euch mal nicht ganz davon irritieren. Ich nehme hier, glaube ich, immer spiegelverkehrt auf. Wenn ich jetzt die Kameraabdeckung nach links schiebe bei meinem Echo Show 15, dann passiert folgendes. Dann geht die Kamera zu. Dann ist die abgedeckt. Um die Kamera zu starten, muss ich diese Abdeckung nach rechts schieben. Und es ist nicht so, als ob ich den jetzt hier falsch rumhängen. Denn es ist ja logisch, dass die Kamera oben ist. Und auch so, ich schiebe es ja maximal hoch. Nein, so ist die Standardausrichtung vom Echo Show 15. So zeigt Amazon das auf allen Pressebildern. Aber wenn ich die Kamera starten will, dann hat der hier das gleiche Sprachkommando drin, wie auf den anderen Echo Shows. Und da könnt ihr euch denken, schiebt die Abdeckung nach links und dann wird die Kamera aufgemacht. Und das ist es, dass das hier noch nicht, was heißt aufgefallen ist, es wird bestimmt schon 100 Leuten aufgefallen sein. Die haben Tickets und sonst was an Amazon geschrieben. Oder mir kann ja keiner sagen, dass das bei Amazon niemandem aufgefallen ist. Aber dann hast du solche Bugs, solche Fehler, wo keiner mitdenkt, wo das 15er nicht an die anderen Echos angepasst ist oder der Unterschied rausgestellt wird. Und genau das ist so ein Paradebeispiel, wie Amazon Software schleifen lässt. Ich reg mich jetzt allgemein ein bisschen auf. Natürlich haben wir jetzt hier den Echo Show, der noch unausgereift ist, wo ich wenig Hoffnung habe, dass da jetzt die Updates kommen werden. Wo ich ja sage, wartet auf die zweite Generation. Aber wir hatten das bei so vielen Produkten. Damals die Subs, die Bassdinger. Da war der Cube. Boah, wie viele. Wie ich da gewartet habe, dass das Soft. Und es kamen nie Updates. Da müsste ich mich eigentlich auch mal gewaltig drüber aufregen. Und genau so eine liebe, teilweise liebe, lose Hingang, was ist das hier, softwaremäßig von den Widgets. So, und jetzt kommen wir sozusagen bis zum Ende. Jetzt habe ich mich darüber aufgeregt. Das war sozusagen mein Aufregeteil, dass ich hier stehe, 250 Euro dafür. Und ja, es macht das teilweise ja auch in einem sehr, sehr beschränkten Rahmen. Und wer jetzt weiß, worauf er sich einlässt, dass er nicht Post-it mit dem Finger macht, sondern eben mit einspricht. Stellen postet, Kurznotiz und sowas. Oder füge einen Termin hinzu und, 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 und. Ja, und dass das Wechsel mit Personen, wenn sie verschieden drauf gucken, nicht immer funktioniert. Dass das Ding halt relativ dick ist. Dass die Lautsprecher nicht für Musik tauben. Das Display aber ganz okay ist dafür, dass es sehr viel spiegelt. Die Performance eigentlich, hä, ist und oft ruckelt. So. Dann kann man das ja trotzdem kaufen, wenn man das möchte. Ich persönlich würde es aber sagen, ne, Echo Show 10 für den gleichen Preis. Da hatte man wenigstens noch verbrauchbare Lautsprecher. Oder ich gehe hin und ruhig mit Echo Show 8er. Das ist zwar deutlich kleiner und so, aber der klingt gefühlt nochmal besser. Oder ich lasse das komplett mit dem Display weg. Dafür kostet der Echo Show 8 ja auch nur die Hälfte. Den Echo 5 würde ich nicht nehmen. Da gefallen mir die Lautsprecher auch nicht zu. Aber der kostet ja nur noch ein Drittel. Ja, Pi mal Daumen kommt es hin. Und das sind ja alles Preise, UVPs von Amazon, noch nicht mal die rabattierten. Ich weiß gar nicht, ob der Echo Show 15 seitdem überhaupt, seit dem Start überhaupt ein Angebot, ein Rabatt angeboten wurde. Ich glaube eher nicht. Dann vielleicht noch als Sonderaktion dieser Fuß hier, diese Gummimatte da, was hier oben drauf ist. Das ist so staubanfällig, je nachdem, wo man den hinpackt. Gerade in die Küche oder sowas. Das kann man so. Das kriegst du ja auch sehr schwer wieder sauber. Es ist Fussel, es ist staubanfällig. Und dass dieser Ständer vom Drittanbieter ist und nicht mal von Amazon selber, es gibt mir so wieder gefühlt den ganzen Recht. Ihr merkt es. Ich habe gewartet, ich habe gehofft, ich habe gebankt. Aber es ist ein Produkt, was ich wieder absolut als unaufgereift empfinde. Wo ich keine Hoffnung auf Apps habe. Wo ich Amazon gefühlt schon böse bin, dass sie so etwas auf den Markt bringen. Für die knallharten Fans gibt es bestimmt ein paar, die das toll finden und die sagen, yeah, und hoffen, dass es Updates gibt. Aber für die breite Masse sage ich, nee. Holt euch lieber einen normalen Echo für Mucke dazu und ob ihr die Displaynummer jetzt auch wirklich braucht. Aber ich glaube, allein die Kombination aus einem normalen Echo und vielleicht so ein 8er Show ist besser als dieses Ding all in one oder was auch immer als Lösung. Ich finde es halt sehr unbefriedigend. Es hat Potenzial. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Aber Amazon haut keine Updates raus. Und ich sage ganz ehrlich, ich würde da lieber zwei Jahre warten und hoffen, dass irgendwann mal eine zweite Version rauskommt. Und so, das soll es gewesen sein. Tut mir leid, aber ihr merkt es. Da bin ich dann auch mal ein bisschen angegriffen, auch ein bisschen enttäuscht. Und ich finde es schade. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.